Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum ich eine klare Wahlempfehlung für die AfD für die kommenden Wahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und auch natürlich für die Bundestagswahl ausspreche. Natürlich sind auch die ganzen anderen neuen alternativen Parteien lobenswert, wie Wir2020, die Basispartei, Bewegung Blau und bestimmt noch andere, die ich jetzt nicht kenne. Ich bin kein Experte für neue Parteien, aber schreibt sie gerne unten rein und ich empfehle sie auch gerne weiter. Es ist aber so, dass zum Beispiel allein der Name Wir2020 sagt, dass diese Partei erst 2020 gegründet wurde. Und warum erst dann? Es kam dann ja Corona und für viele wurde dann einiges offensichtlich, was aber viele schon viel länger gesehen haben und auch als Problem empfunden haben. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wo waren die ganzen Leute von Wir2020, Basispartei, wo waren sie vorher gewesen, als die AfD diffamiert wurde? Wo andere Betrügereien stattgefunden haben, wo die Berichterstattung ebenso hetzerisch war, wo Dinge passiert sind wie mit Maßen, wie mit dem Klima. Wenn man genauer hingeguckt hat, hat man schon früher wirklich Schlimmes erlebt, auch wie mit der AfD umgegangen wurde. Das war ein Riesenskandal. Wo waren diese ganzen Leute vorher gewesen? Und natürlich ist es so, man kann jetzt sagen in der AfD, einem befallen nicht alle 35.000 Mitglieder. Aber es geht nicht nur darum, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern man muss dankbar über das sein, was es gibt. Und man kann überhaupt dankbar sein, dass es Leute gibt, die 2013, schon 2013 sich eingesetzt haben, gegen die Mediokratie, sich gegen den Widerstand für ihre Vorstellungen eingesetzt haben. Und das klingt jetzt so selbstverständlich, dass man sich für seine Vorstellungen einsetzt, aber das ist überhaupt nicht. Weil jetzt erleben ja viele Leute, was passiert, wenn man gegen, ja wie soll man das nennen, gegen den Mainstream, oder sagen wir gegen die Mediokraten, wenn man probiert, seine eigenen Vorstellungen gegen die der Mediokraten zu positionieren. Man wird niedergemacht, schlecht gemacht, unmöglich gemacht. So ging es damals der AfD beim Euro. Wer diese Mediokraten sind, wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich eine Melange aus Linksextremen und irgendwelchen korrupten Leuten, ist es unklar. Jedenfalls, die Hetze war damals schon vollkommen offensichtlich beim Euro, bei der Massenmigration, wo wahrscheinlich Immobilienspekulanten schon groß daran verdient haben, an den steigenden Immobilienpreisen, und ein Interesse daran hatten, dass wir viel Einwanderung haben. Die ganze Politik war früher schon ein Skandal, die Energiepolitik, verantwortungslos. Wo waren wir 2020? Wo waren sie vor 2020? Und es ist schön, dass sie sich engagieren. Viele engagieren sich erst spät. Ich habe auch erst zu spät meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Und jedes Engagement ist mit großem Einsatz verbunden. Und natürlich sind diese Parteien empfehlenswert. Aber wie gesagt, die AfD, die Leute, viele Leute, und sie wussten nicht, ob sie gewählt werden, ob sie dann Geld damit verdienen können, haben sich seit 2013 engagiert. Und das ist viel wert. Das bedeutet wirklich viel. Das muss man diesen Leuten hoch anrechnen. Dass wir jetzt überhaupt eine Alternative haben, dass wir jetzt eine Partei im Bundestag haben, die Positionen vertritt, die die Mediakraten-Parteien nicht vertreten. Wenn man nicht wählt, das interessiert keinen Menschen. Das interessiert Merkel überhaupt nicht. Ob da jetzt 50, 60, 40, 70 Prozent wählen, das interessiert den nicht. Und es wird immer genug Leute geben, die Merkel oder die Grünen wählen. Immer. Da kann man ganz sicher sein. Ich persönlich mag diese Parteienhinterbänklerei, diese Krämerei, diesen Filz. Ich kann es auch nicht leiden. Aber wenn man zu einem System hin will, wo die Parteien weniger Macht haben, in Richtung Schweiz mit Volksabstimmungen, das geht nur über Parteien. Da muss man den Leuten in Parteien auch Vertrauen schenken. Wie zum Beispiel der AfD. Aber natürlich auch alternativen Parteien. Man muss diesen Leuten das Vertrauen schenken. Man muss auch wertschätzen, dass diese Leute überhaupt die Arbeit machen, eine Partei zu gründen, sich da hinzusetzen. Das ist alles wahnsinnig viel Arbeit. Oder allein schon jetzt Wahlkampf zu führen für die AfD. Sich an den Wahlkampfstand zu stellen. Und da kommen noch irgendwelche Antifakten vorbei, wird man mit Steinen beschwissen. Aber allein die Zeit, die man einsetzt, Plakate aufzuhängen. Man muss das, denke ich, wertschätzen, auch dadurch, dass man am Ende auch wählen geht. Und nicht sagen, es könnte alles viel besser sein. Sondern dann muss man sich die Frage stellen, ja, warum hat man denn selber keine Partei gegründet? Wo war man denn selber in der Vergangenheit? Natürlich, wie gesagt, es ist alles nicht perfekt. Aber man muss realistisch sein, wie kommen wir aus der Situation raus. Und natürlich ist da auch ein Gesichtspunkt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es ist sehr gut, die Motorianer sollen nicht das Gefühl haben, die Meuthens ist eine Partei, wir können hier mit den Mitgliedern machen, was wir wollen. Die müssen uns sowieso wählen, die haben keine Alternative. Es ist sehr gut, wenn es immer Alternativen gibt. Wenn es einen Wettbewerb gibt. Wenn man sich nicht ausruhen kann, sondern wenn man sehen kann, es gibt auch noch andere Parteien. Man kann die Leute nicht behandeln wie Dreck, weil das ja auch die Mehrheit nicht tut. Aber natürlich, man kann nicht vereinheitlichen. In der AfD gibt es auch keine guten Leute. Und es gibt gute Leute. Es sind ja ganz viele Leute. Man kann es nicht verallgemeinern. Und auf jeden Fall ist es gut, wenn Druck aufgebaut wird, wenn es mehrere Parteien gibt. Jede Stimme, die einer Partei zufällt, die nicht über 5% hat, am Ende ist natürlich irgendwo verloren. Das muss man ganz klar sehen. Am Ende sind die Prozente entscheidend. Und deswegen wäre es natürlich gut, wenn man sich am Ende auf eine Partei einigt. Ich habe ja vor kurzem auch noch ein Video gemacht mit den Moiterianern, dass das Problem besteht, dass diese ganzen Leute sich überall in der Partei festgesetzt haben. Das ist natürlich so. Das ist auch jetzt so. Das Problem besteht. Aber es hat sich jetzt leider keine neue Partei gründen lassen, wie ich es am besten gefunden hätte. Keine E-AfD. Es ist jetzt so, wie es ist. Und wie gesagt, man muss es wertschätzen, dass sie seit sieben Jahren sich hinstellen und für ihre Meinung einstehen. Und nicht erst, wenn mit Corona sozusagen einem das Wasser bis zum Hals steht und diese ganzen Ekelhaftigkeiten, man sie jetzt auch zu spüren bekommt am eigenen Leib, wenn man dann die Maske aufsetzen muss oder anderes. Früher war es ja nur moralisch. Da war das alles eigentlich noch weit weg. Das hat man noch nicht so selbst am eigenen Leib gespürt. Und jetzt rücken die Bombeneinschläge immer näher, sozusagen. Und es ist moralisch, denke ich, zweifelhaft, wenn man erst dann anfängt zu handeln, wenn es einen selbst betrifft, sondern es ist dann besser schon zu handeln, wenn es einen nicht betrifft, sondern wenn einen die Ungerechtigkeit ärgert und wenn einen die Dinge stören, so wie es die AfDler gemacht haben. Wie gesagt, trotzdem ist es natürlich lobenswert und hoch anzurechnen, die ganzen Leute querdenken, wie sie sich engagiert haben. Und ich weiß ja nicht auch, was sie vorher gemacht haben. Natürlich ist es lobenswert, aber wie gesagt, natürlich sind viele vorher nicht in Erscheinung getreten und die AfDler sind eben vorher schon in Erscheinung getreten. Und deswegen der Aufruf, AfD zu wählen. Ihr könnt ja eure Meinung schreiben, wen ihr wählen wollt oder weshalb ich ganz falsch liege, weshalb nicht wählen doch ganz toll ist. Ihr könnt es ja alles in die Kommentare schreiben, wie ihr euch das vorstellt, wie es ohne Parteien funktionieren soll, wie man das System ändert, wie man überhaupt was ändert. Ihr könnt es mir ja alles in den Kommentaren erklären. Also bitte keine Anfeindung, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es euch vorstellt, wie euer Konzept ist, wie es ohne Partei gehen sollt oder aus welchem Grund ihr eine andere Partei viel besser findet als die AfD und weshalb man zum Beispiel die Basispartei wählen soll, warum das besser ist als die AfD, weshalb ihr zum Beispiel in der Basispartei seid oder weshalb ihr in einer anderen Partei seid. Ich lasse mich gerne überzeugen. Schreibt ruhig rein, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Schreibt rein, welche Partei ihr gut findet, was ihr wählen wollt und die Gründe dafür. Macht's gut! Holzbill und stirbt und Untertitelung des ZDF, 2020